Herzlich Willkommen zum besten Podcast im ganzen Universum. Trick 17 mit Ben und Kai. Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe der neuen Welt von Trick 17 und das hier ist die Teaser-Folge, in der wir euch und wenn ich wir sage, dann sind das Kai auf der anderen Leitung. Hallo Kai. Hi. Hi und Ben, das bin ich. Satz angefangen, aber verkackt. Trotzdem wollen wir euch in dieser Teaser-Folge erzählen, was wir vorhaben in Teil 2 oder in der zweiten neuen Folge. Nicht in dieser Folge, sondern beim nächsten Mal. Ich hab total Durst, Kai. Trinkst du Wasser lieber aus Plastikflaschen oder lieber aus Glasflaschen? Aus Glasflaschen. Ist die Plastikflasche halb voll oder halb leer? Die ist immer halb voll. Sehr schön. Tschakka. Ja. Mit halb vollen Plastikflaschen ist aber noch schwieriger als mit leeren, würde ich sagen. Zumindest in Bezug auf das, was wir vorhaben. Genau. Also immer schön brav austrinken. Auch wenn ihr jetzt hier so diese leckeren Bierflaschen habt, so aus Kunststoff. Mh. Die gute Ratskrone. Wo das richtig gute Bier drin ist. Aber auch das ist erlaubt. Alles erlaubt. Was denn eigentlich? Habe ich die Frage nicht gerade dir gestellt? Okay. Ich erklär's jetzt. Bevor wir uns hier total verheddern und durchdrehen. Hilfe! Lass mich hier raus aus diesem Podcast. Sie haben mich in einer Ideenschleife gefangen. Also, wir haben ein neues Format geplant. Nämlich die Trick 17 Challenge. Die betrifft erstmal den Ben und den Kai. Das bin ich? Achso. Einer von beiden. Genau. Nee, uns beide. Also, jeweils. Und, ähm, die Idee ist, dass wir ein, äh, irgendein Material oder eine Probe oder irgendeine Sache, einen Gegenstand vorgeben und dann... Oder erstmal nur eine Idee. Reicht ja auch schon. Oder eine Idee. Also, da müssen wir halt nur ein bisschen dran rumplanen. Aber wir haben uns jetzt hier für die erste Folge für diese Rubrik mal überlegt. Wir, äh, machen eine Challenge, in dem, ähm, in der es um Plastikflaschen gehen soll. Genau. Die konkrete Aufgabe heißt, jeder von uns bastelt mindestens drei Lifehacks, die irgendwo irgendwas mit Plastikflaschen zu tun haben. Das kann alles Mögliche sein. Und wir werden jetzt auch aus diesen genannten Gründen nicht sagen, was es zum Beispiel sein kann, damit wir uns nicht die Ideen klauen. Aber jeder bastelt was und die drei geilsten Sachen von jeder Person fließen dann ein in eine Bewertung nach unfassbar guten Kriterien, die wir gerade aufgestellt haben. Möchtest du die kurz vorstellen? Ja, also wir können uns da abwechseln. Erstes Kriterium ist natürlich der Nutzen. Ähm, wir haben für jede, jede Kategorie drei Dimensionen von nutzlos über nützlich bis hin zu lebensverändernd. Äh, da bin ich sehr gespannt, ob wir die, äh, das haben wir dann entsprechend mit Punkten versehen. Eins, zwei, drei. Äh, je mehr, desto besser. Also höher ist gut. Lebensverändernd bin ich gespannt, ob wir da was mit Plastikflaschen zustande bringen, was wirklich die Welt verändern wird. Aber, äh, wir werden das natürlich in der Sendung dann nachher gegenseitig bewerten, was der jeweils andere gemacht hat. Der Spaß darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Das heißt, ein weiteres Kriterium ist der Spaßfaktor. Und da reicht die Spannbreite von langweilig, ein Punkt über witzig, zwei Punkte bis Brüller, drei Punkte. Genau. Damit wollen wir abfangen, dass, manche Sachen sind ja, äh, vielleicht nutzlos, aber trotzdem super witzig und dann macht man sie deshalb. Gibt natürlich auch Sachen, die lebensverändernd und witzig sind. Aber gut, ihr versteht das Prinzip. Man kann also auf der einen Linie verlieren und trotzdem noch bei der anderen vier Punkte machen. Dritter Punkt ist Aufwand. Also wenig Punkte, äh, gibt Megastress. Machbar, äh, gibt zwei Punkte. Und Basteln im Kindergarten gibt drei Punkte. Also der Aufwand, den man da reingesteckt hat, der wird natürlich auch bewertet. Wobei im Kindergarten auch aufwendige Sachen produziert werden. Aber Kindergarten heißt halt, äh, einfach umzusetzen, ne? Man muss jetzt kein Ingenieur sein, um da irgendwelche Berechnungen anzustellen, sondern man kann es im Grunde auch mit drei- oder vierjährigen herstellen. Und der vierte Aspekt ist der Kostenaspekt. Das ist ja immer ganz wichtig bei Lifehacks, dass es nicht, äh, ausartet, was die Kosten angeht. Das heißt, einen Punkt gibt es bei Luxus. Es ist schweineteuer, kostet Geld. Müssen wir mal, dann müssen wir dann vor Ort sehen oder während, wenn wir bewerten, was, was wir unter Luxus verstehen. Also ist ab zwei Euro Luxus oder ab zehn oder ab tausend. Mal gucken, werden wir sehen. Kommt sicher auf den Fall an. Aber wenn man jetzt dann sehr viel, äh, zum Beispiel Werkzeuge oder Material kaufen muss, das ist natürlich dann auch bei jedem unterschiedlich. Äh, kann man auch vielleicht nicht immer bewerten, aber ihr versteht das Prinzip. Also wenn man jetzt irgendwas noch Blattgold und, äh, Platin kaufen muss, um das umzusetzen, dann könnte es schon Richtung Luxus tendieren. Genau. Luxus wäre ein Punkt. Erschwinglich wären zwei Punkte. Und wir haben es jetzt mal geschenkt genannt, drei Punkte. Also wenn wir uns da auch im Cent-Bereich geben, da, äh, bewegen, da drücken wir sicher ein Auge zu. Aber wenn's, je günstiger, desto besser, je einfacher umzusetzender, desto besser, je lustiger, desto besser und je praktischer natürlich auch. Also im Grunde genommen suchen wir den kostenlosen Brüller, der unser Leben verändert und den wir im Kindergarten basteln können. Genau. Wahrscheinlich werden wir schön drei nutzlose, langweilige, äh, Luxusartikel entwerfen, die uns einen Megastress bereiten. Wie immer. Ja gut. So wie diesem Podcast. Fast. Manchmal sehen die Sachen ja wirklich gut aus, aber am Ende, äh, ist man nur genervt und ich erinnere mich da an Vasen aus Glasflaschen. Ich erinnere mich da an einige meiner Ex-Freundinnen, sehen gut aus, aber am Ende ist man nur genervt. Sind langweilig und streng. Ja okay. Luxus, Megastress, langweilig, nutzlos, ne? Ah okay. Also der Gender-Beauftragte der Trick-17-Redaktion hat gerade gegen die Tür geklopft. Aber, äh, lassen wir mal. Ja. Ihr könnt natürlich wieder mitmachen. Das heißt, ihr braucht auch nur Plastikflaschen und gute Ideen und entsprechend die Werkzeuge, die ihr eben braucht, um eure Sache umzusetzen. Und dann könnt ihr sie uns nennen, am besten auch fotografieren oder filmen oder, äh, äh, mit Puppen nachspielen, was ihr da gemacht habt. Und dann könnt ihr, wenn ihr da Bock drauf habt, äh, euch auch diesen Kriterien stellen. Das heißt, Ben und ich würden, äh, euch dann auch hier durch unsere Bewertungsmatrix schicken. Und, ja, das ist natürlich just for fun. Äh, ja. Vielleicht nochmal der Disclaimer, schickt uns bitte nicht eure Lifehacks zu. Bastelt die zu Hause, macht Fotos davon. Äh, und die Bewertung würde nur stattfinden, wenn ihr sie wirklich selbst gebastelt habt und Fotos davon gemacht habt. Also, wenn ihr jetzt irgendwas Cooles im Internet findet, was ihr aber nicht selbst ausprobiert habt. Wir wollen natürlich auch nur Sachen präsentieren, jetzt in der neuen Ausrichtung von Trick17, die wir selber probiert haben. Und deshalb bastelt sie, schickt sie uns gern, also die, die Idee als per Foto zu, nicht die Sache an sich. Vielleicht basteln wir es auch nochmal nach, wenn es richtig cool ist und dann würden wir es bewerten. Ganz genau. Ja, dann freuen wir uns auf eure Einsendung, trick17-podcast.de, Folge 2, äh, darunter die Kommentare oder auf unterstrich trick17 auf Twitter oder auf Facebook. Wie heißt es eigentlich da? Du hast gesagt, da hat sich noch was geändert. Da hat sich was geändert, der Link ist jetzt nicht mehr so einfach, aber aus technischen Gründen musste ich das ändern. Da klickt ihr am besten einfach im Blog auf den entsprechenden Facebook-Link. Ähm, es gibt noch die alte Seite, aber ich nutze jetzt für Ankündigungen nur noch die neue Seite, das ist schon passend verlinkt. Aber mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Ihr könnt natürlich auch, wie immer, unserer Telegram-Gruppe beitreten. Auch da kann man schön Fotos reinposten und auch über die Ideen philosophieren und schon Vorschläge machen. Da sind wir natürlich auch immer dabei, mit einem Auge und zwei Ohren. Und damit bleibt uns nichts weiter zu sagen als ... Kleiner Drei. Und hi. Bye, bye. Tschö. Tschö. Untertitelung. BR 2018